Die Infrastruktur muss besser werden, die Verhältnisse müssen so werden, dass die Kids, die Jungen, dass auch Leute, die nicht jeden Tag mit dem Velo unterwegs sind, dass auch Leute, die das erste Mal Velo fahren, sich getrauen, in der Stadt zu fahren. Die Tramgleise sind eine Spezialität hier in Zürich. Leute, die sich nicht gewöhnt sind, mit dem Velo unterwegs sind, ist es eine grosse Gefahrenquelle, dass man hier ins Gleis kommt. Wichtig ist, dass man einen steilen Winkel hat. Man muss wirklich einen richtigen Schwenk machen und dann wieder geradeaus fahren.